Die Gesellschaft steht weltweit vor großen Herausforderungen und dadurch steigt die Anforderung an die Maschine und auch an ihre Komplexität, weil mehr Arbeitsabläufe integriert werden müssen. Um in diesem Umfeld nachhaltiges wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen, benötigt man fortschrittliche Technologien. Wir machen die mobile Maschine intelligenter und vernetzter, um weltweit den Maschinenherstellern die Möglichkeit zu geben, technologischen Trends nicht nur zu folgen, sondern auch ein Schritt voraus zu sein. Industrie 4.0 ist ein sehr breiter Begriff. Gerade im Bereich Landwirtschaft gibt es immer wieder Begriffe wie Smart oder Precision Farming. Es ermöglicht wiederum, über hochpräzise Steuerungen auf den Maschinen nachhaltiger zu wirtschaften, beispielsweise auch im Bereich der Bauwirtschaft. Es gibt die intelligente Baustelle heutzutage, wo sämtliche Maschinen miteinander vernetzt sind, um kollaborative Arbeitsprozesse durchzuführen. Um diesen nachhaltigen, effizienten Ansatz herum ermöglichen wir mit unserer Plattform. Die Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen sehen sich zwei großen Hauptherausforderungen gegenüber. Zum einen die steigende Komplexität in der mobilen Arbeitsmaschine durch den höheren Grad an Automatisierung und auf der anderen Seite eine schnellere Technologie, Technologiewandel, die immer wieder in die Maschine gebracht werden muss. Um das dem Herstellern einfach zu ermöglichen, haben wir unseren STW-Systembaukasten, der aus Produkten besteht, die in sich kompatibel sind, zusammenpassen und eine Plattformstrategie, die ermöglicht, dass der Kunde neue Technologien sehr einfach in seine Fahrzeuge bringen kann und darauf aufbauen kann. Was ist die Automatisierung? Durch die Automatisierung werden die Maschinen effizienter. Zum anderen kann man aber auch den Arbeitsprozess an und für sich optimieren. Und wir stellen Produkte zur Verfügung, die Kommunikation möglich machen. Mensch zu Maschine, aber auch die Kommunikation in die Cloud. Das heißt, da werden Daten transferiert. Dadurch wird es möglich, den gesamten Prozess zu betrachten und dann auch wieder diese vernetzten Teilprozesse besser aufeinander abzustimmen. Dadurch erreicht man eine enorme Effizienzsteigerung eigentlich im Arbeitsprozess, was dann natürlich auch wieder zur Nachhaltigkeit beiträgt, zur besseren Nutzung der Maschinen. Die Digitalisierung der mobilen Arbeitsmaschine bringen wir durch unsere Telematiklösungen und unsere Cloud-Anbindungen voran. Heute arbeiten wir bereits daran, dass wir mit unserer Open-Site-Software-Lösung dem Kunden die Möglichkeiten geben, eine Datenbasis zu schaffen, die er dann auch wieder in der Cloud auswerten kann, damit weiterarbeiten kann, um wirklich diese Technologie nach vorne zu bringen. Technologische Performance vereint uns, unsere Kunden und unsere Lösungen. Darüber hinaus haben wir von der Wertschöpfungskette, vom Technologie-Scouting bis zum Engineering über die Prototypenfertigung, Serienfertigung und auch die Kommerzialisierung, Vermarktung der Technologien, alles in-house. Dies ermöglicht unseren Kunden einen hohen Grad an Flexibilität, wie unsere Produkte in der Applikation eingesetzt werden. Die Kunden erwarten offene, erweiterbare Systeme, wenn es um nachhaltige Maschinen geht. Was auch immer mehr gefordert wird, ist der Punkt funktionale Sicherheit. Das wird auch international immer wichtiger. Das heißt, die Maschinen müssen auch arbeitstechnisch sicher sein. Das erfordert natürlich auch immer leistungsfähigere Plattformen. Der schmilzt zusammen mit High-Performance-Rechnern, mit Telematik-Lösungen, mit Digitalisierungslösungen. Das ist praktisch das Produkt, was wir für die Zukunft hier entwickeln und unseren Kunden dann auch bieten werden. Wir werden weiterhin daran arbeiten, ein internationales Weltklasse-Management, Weltklasse-Prozesse weiter aufzusetzen. Dabei setzen wir auf unser qualifiziertes Team und da bin ich sehr, sehr stolz und sehr dankbar, dass wir ein hochmotiviertes Team in der STW haben, das das Unternehmen voranbringt. Wir sehen uns als die Enabler. Wir möchten auch weiterhin einen Technologievorsprung nutzbar machen für unsere Kunden. Das ist ein großes Ziel, das wir uns gesetzt haben. Wir sehen uns als die Enabler. Untertitelung des ZDF, 2020